Jo Leute und damit willkommen zurück zu Mr. Weipel. Ja, nachdem ich beim letzten Mal ja endlich das Auto bekomme und wir vorhin nochmal gestorben sind gegen die Banditen. Was so wirklich blöd war. Aber naja, was wir mal machen. Wir brauchen erstmal... ...dat hier. Wir müssen davon mal ein bisschen was farmen. Und aus irgendeinem Grund verschwindet in dem Generator jedes Mal das Sprit. Warum auch immer. Ich hab keinen Schimmer. Aber naja, was will man machen. Ah, guck mal, wir haben doch Streich jetzt so dabei. Warum will ich das Feuerzeug nicht nutzen? 60 Prozent. Gut. Dann läuft das da durch. Das Animal Fett. Übrigens, wir müssen ja noch auf jeden Fall... Ich glaube, wir brauchen nämlich... Wo haben wir den denn? Hier, den Generator für den Kühlschrank. Den würde ich je machen. 20, 10... Und drei davon. Äh, sechs davon. Dafür bräuchte man am besten, dass man die Schmiede fertig... So. Hatten wir... Wir hatten doch drüben noch Sides, ne? Wir hatten doch noch Sides. Obwohl... Ich mach mal kurz was. Zack. Dann wird das gemacht. Dann... Sides müsste hier gewesen sein. Viermal, okay. Gut. Zack. Dann würde ich einmal kurz... Ach nee, das war hier, ne? Ach, Stück können wir ja erstellen. Mehr geht nicht. Scheiße. Wir brauchen mehr Salz. Wir brauchen viel, viel mehr Salz. Kann ich halt echt drauf zugreifen? Okay, 72% hat das Zeug noch. Zack. Hier hin, hier hin und da hin. Zack, zack. Eat. Aha. Wollen wir den jetzt in die Hand genommen? Müssen wir unbedingt was trinken. Wir müssen was trinken. Äh, ja. Komm. Immer die Wasserflaschen hier drin. Das andere lass ich mal da drin. Obwohl, die Cola wird schlecht. Aber mit die Limon nicht schlecht. Das hat echt ein Wunder. Naja. Ich find's gut. Ist eigentlich sehr angenehm. Muss man zugeben. Den hier aber vollfallen. Müssen wir auch langsam mal wieder was neu machen. Wie das hier letztens umgesprochen hat, ey. Obwohl. Zack, zack. Und zack. Nehmen wir mit. Können wir nach drüben bringen. Das können wir noch drüben bringen. Dann. So. Einmal drehen. In welche Richtung. Zack. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich fange. Können wir damit... Können wir das vielleicht draufbraten? Können wir das vielleicht draufbraten? Äh. Äh. Install. Closed. Nochmal speichern. Aber wir hatten gerade kein Fleisch da hätten sonst für. Ich nehme die, wenn man die. Geht irgendwie mehr aus. Obwohl wir auch das Messer nehmen können. So. Wo haben wir denn Messer? Hm. Zwei Stunden 15. Gleich. Flupp. 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 Junge, ey. Ist das alt. Oh. Nebeldrossen. Naja. Äh. Steal hier. Ups. Steal hier. Ja. Ach guck mal. Wir haben da Besuch. Die ist leer. Okay. Verstehe. Hm. Und Drying Rack haben wir auch nicht. Oh. Fertig. Das ist fertig. Dann mach ich mal so. Wir brauchen nichts, was lange läuft. Dafür. Das Fleisch. Ja. Guck mal hier. Ach hier haben wir das drin. Wie gesagt, eigentlich hätte das hier nicht so lange drin. Weil wir keinen Strom haben. Wir brauchen den anderen Generator nämlich dafür. Habe ich so gelesen. Was völliger Schwachsinn eigentlich ist. Du hast schon draußen so einen Generator. Oh. Der Sprit abhaut. Nach der Zeit. Warum auch immer. Ja. Und die Dinge sind trotzdem echt klein. Finde ich immer komisch. Oh. Hat nicht gereicht. Na. Jetzt. Passt. Hat. Brühe ich das dann noch rein. Ich glaube, das Feuer schwindet eh viel zu schnell. Wie viel kriegen wir bei einem überhaupt? Feuer. 40 Minuten haben wir. Okay. 42. Das passt. Hm. Was machen wir denn jetzt gerade? Unser Inventar ist gut zugerotzt. Wo gehe ich das dann mal da hin? Das kann eigentlich weg. Wir konnten noch Müll einmal bauen, ne? War der hier bei? Oder war der hier bei? Konnten doch irgendwo Müll einmal bauen, ne? Da. Trash Bin. Hier drin. Okay. Mir macht gerade gar nichts dafür, weißt du was. Ich glaube, Stunde war ich dafür. Stunde schlafen. Stunde schlafen. Speichern. Dreckskarre. Hab ich mich verjagt, E-Mail? Ich hasse es. Ich hasse es. Hm. Frage ist, wo ist der? Wo haben wir den? Äh, Event. Natürlich wieder da. Was soll er auch sonst sein? Nee, nicht hier vorne, sondern da drüben irgendwo. Aber wo soll er auch sonst sein? Und das war da bei uns jedes Mal da. So, gut. Dann. Gehen wir denen mal helfen? Hallo. Hallo. Na. Danke für siehreing. So. Danke. Ja. Trader, das ist zu. Okay, aber weg damit. Ein bisschen Money haben wir ja noch. Den will ich auch haben. Good luck. Ah ja. Oh, vier Stück. Äh, ich bräuchte eigentlich den Hammer für sowas, ne? Ich speichere mal ganz kurz. Mal gucken, wie lange das dauert. Wahrscheinlich ein bisschen sehr lange. Oh, ne Flasche. Nice. Klar kommt eine Flasche dabei raus. Natürlich. Warum ist da keine Anzeige, ey? Das ist so nervig. Okay, ja, in diese Sachen kommen wir nicht ran. Oh, weg ist er. Oh. Oh nein, wir haben keinen Platz mehr. Äh. Equip. Naja, so wirklich halbbar ist das Ding auch nicht, ne? Was haben wir hier? Ein Blatt. Ein Blatt. Will ich behalten. Äh. Tut tut tut. Guck mal, die Achse ist fast kaputt. Ach komm her. Eat. So. Meins. Meins, meins, meins. Meins, meins, meins. Wir sind doch im Schatten. Warum ist es uns heiß? Naja. Naja, naja. So. Gut. Was braucht man dafür? Dafür braucht man wahrscheinlich den Hammer, ne? Hammer und Säge. Hm. So. Okay. Ich mach wieder das und das und das. Oh, nicht alles ganz. Ups. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte was gucken. Äh. Ja, wir müssen da was reinpacken. Oh, Mann. Äh. Graphics. Ja, bla, bla. Foliage. Hm. Bestimmt sind hier keine Bären, oder? Wenn wir jetzt welche suchen. Ach doch hier. Reicht. Kann ich mir noch Fleisch reinpacken? Ich frag für einen Freund. Ich frag für einen Freund. Achso, der ist doch da. Oh, okay. Ich frag trotzdem für einen Freund. Kann ich mal Fleisch reinpacken? Kann man. Kann man. Aber ob das was bringt? Kann man Käse bekommen? Ist da halt wirklich drin, ne? Moment mal. Mann. Hm. Na ja, schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Ob es das was bringt. Wir brauchen Holz. Wir brauchen 20 Bretter. Also fünf Stämme. Hm. Ähm. Schweitsch. Und wohl. So. Hier war das. Ein Zahnrad haben wir da drin. Äh. Die packe ich erstmal hier rein. Wie Stück hatten wir? Da rein. Und die waren hier drin. Genau. Das war Müll. Wir haben ja aber noch welche gehabt. Nicht da. Hier. Das wollte ich nämlich. Sind die leer? Oder was geht ab? Hm. Hm. Die sind leer. Okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kann die doch auffüllen. Und der eckt. Geht das? Nö. An denen nicht. Ups. Ich glaube wir können die großen dann, ne? Hallo. Hinter der Wand drin. Nice. Ah. Okay. Verstehe. Ich verstehe. noch rein. Hm. Naja. Ah. Voll. Oh so. Geht nicht. Okay. Okay. Ist es voll. Müssten wir also doch nicht wirklich wegschmeißen. Wie gesagt, ich will mal etwas probieren. Ich weiß, dass ich was anderes machen wollte, aber ja. Ah. Haben wir die Leere reingetan? Mann ey, geh weg. Propangas steht doch da. Warum? Ich bin die anderen rum oder so. Kann das sein? Äh. Guck mal her. Ich stelle ich mal kurz hier hin. Schauen wir noch mal kurz, ob das jetzt geht. Wenn nicht, dann lassen wir es einfach. Dann ist das auch egal. Zack. Nochmal. Aber erstmal. Ups. Ich hasse das manchmal, ne? Nochmal so rum. Open. Install. All. Closed. Hmm. Können wir da nichts drauf packen oder so? Hmm. Keine Ahnung. Wie ist denn das? Gott, wird das schnell schlecht. Äh. Wir brauchen fünf Stück, ne? Eigentlich. Ich nehm das auch mal mit. Natürlich ziehe ich wieder die Waffeln, so wie immer. Long. Zack. Hm. In unsere Richtung, natürlich. Äh. Carry. Hallo. Rein damit. Zack. 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 Rein damit. Passt erstmal. Das passt erstmal. So. Also wie viel brauchen wir? Vier Stück jetzt noch, ne? 1, 2, 3, 4. So. Zeig mal ganz kurz was. Hammer, Säge, 30 Nägel, 20 davon, 20 Steine. Deine. Deine müssen wir noch sammeln. Und 30 Nägel. Okay. 15. 15. 20. Okay. Nägel braucht man noch. Was kosten die? 1 und 1. Okay. Also. Zwei davon. Split half, split half, zwei davon. Machen wir zweimal Nägel. Ja. 32 passt. Okay. Was sagt unser Hunger denn? Wir haben Durst. Hunger nicht, aber Durst. Okay. Okay. Wir brauchen einen Hammer, eine Säge. Ein Hammer. Eine Säge. Schon ist unser Inventar voll, natürlich. Packe ich da rein. Ah. Dann kommen die packe ich da mit rein. Kaffeemühle packe ich erstmal hier mit rein. Den könnte ich erstmal wegpacken. So. 4, 8, 12, 16, 20. Genau. Weicher immer. Noch lauter geht nicht. Okay. Junge, das ist aber auch laut. Zumindest für mich, für euch nicht. Weil ich das für euch leiser gemacht habe. Beziehungsweise glaube ich, dass das leiser für euch ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Zack. Hm. Speichern. Wollt ihr keinen zu? Hier ist offen? Nö. Ich mach mal Tür auf. Können wir hier ganz schnell reinrennen. So. Für nur noch die Steine. Ich glaub wir machen den Rest morgen weiter. Rest machen wir morgen weiter. Essen. 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 Essen und trinken. Hm. Es ist doch schön, dass man da so rankommt. Finde ich auf jeden Fall so. So. Dann. Trinken wir nochmal was. Trinken wir nochmal was. Nur weil das Get White Fleisch ja so salzig ist. dann lege ich mich ja mal Pen. Speicher vor. Wir haben's. 19 Uhr. Äh. 13 Stunden. Ein bisschen sehr lange, ne? Eigentlich. Aber naja. Egal. Naja. Zwölf Stunden hat auch gereicht. Bis 6 Uhr. Es ist 6 Uhr. Verrechne mich ja irgendwie immer. So. Mal kurz rein. Nochmal was essen. Eat. Wir müssen von den Dosen auch nochmal ein paar mehr finden, ne? Beziehungsweise wir müssen mal bald. Vielleicht mal gucken, dass wir Acker anbauen. Und gucken, dass wir dann da Sachen ansehen. Weil wir was finden. Beziehungsweise wir finden ja. Können ja auch kaufen hin. Und der Weg ist ja nicht mal so weit jetzt dahin. So. Ich brauchte noch wieviel Steine? Steine. Hab ich überhaupt Steine so? Hm. Ein. Einen. Nice. Ich glaub, jetzt wo wir Steine brauchen, finden wir keine. Würde mich halt echt nicht wundern. Ah. Zwei. Drei. Waren hier nicht irgendwo ganz viele? Vier. Hier sind ein paar. Hier sind wirklich ein paar. Fünf. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Kommen die nämlich auch mit. Elf. Zwölf. Dreizehn. Fünfzehn. 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 Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Und 20. Komm mal, noch eine Bäre. Das wird niemals funktionieren. Ups. Warum dreht sich das eigentlich immer von alleine? Okay. Ich weiß halt echt nicht, ob das funktioniert oder nicht. Sprecher mal. So. Hey. Natürlich. Letzten Mal nicht so oft nebele und jetzt innerhalb der kurzen Zeit so oft läuft. Ich versuche, uns halt zu canceln, aber ich drücke jedes Mal die falsche Taste. Safe. Ich meine, ich kann Bock überrascht zu werden. Okay. Brennt das fleißig draußen? Da vorne. Da vorne. Mal gucken, ob er was hat. Oh, Tomate und Apfel. Nice. Kann das vielleicht auch sein, dass wir Karotten brauchen? Und da irgendwas zu fangen. Hier. Oh. Toll. Es kann sein, dass wir da mit einem Hasen kriegen, ne? Fertig. Wir haben die Schmiede. Nice. Work. Metal. Fear. Metal. Spitzhacke. Die brauchen wir unbedingt. Ein Sledgehammer. Aber dafür brauchen wir erstmal die anderen Sachen. So, Tutorial. Wie war das nochmal? Äh. Okay. So, mal Koppar, mal Zink, kriegen wir das raus. Keine Ahnung, was das ist. Wir hatten doch... War das hier irgendwo drin? Komm mal, Kartoffel. Können wir bestimmt ansehen, oder? Was haben wir hier? Zinn und Koppar. Zinn und Koppar haben wir. Hm. Wir müssten nochmal zum Minus zurück da die Sachen so sammeln, ne? Okay, wir können die Sachen alle bauen. Weiß ist das... Weiß ist das... ...Welche gleich einen innen gibt. Also 100 Value. Boah, 8, 8, 8, 8. Oh Gott. Und wir haben halt gerade mal... Wir haben 3 Zinn. Ein Körper. Null. Geht das trotzdem. Naja gut, wir haben gar kein Eisen, ne? Das ist ja das. Hm, Moment. Dafür brauchen wir Eisen, dafür brauchen wir Koppar. Das ist Sinn? Glaub' ja. Die Spitzhacke brauchen wir Eisen. Und dafür brauchen wir das. Aber wie wir das kriegen, weiß ich nicht. Guck'n, ob's geht. Guck'n, ob's geht. Aber steht auch nicht, wie lange, ne? Doch, 28 Minuten, 43 Minuten. Wisst ihr, wie wir das immer machen? Schlaf' mal kurz ne Runde. Schlaf' mal einfach ne Runde. Safe. Einfach ne Stunde, passt. So. Es und trinken müssen wir nicht viel. Gar nicht viel verbraucht. Das ist ja cool. Ja. Wir haben unsere ersten Bahn. Nice. Zinn und Koppa. Können wir eigentlich auch... Ne, das geht nicht, okay. Zinn und Koppa. Aber damit können wir halt nix machen. Grind. Was kriegen wir denn da raus, wenn wir das grinden? Also die Steine. Dafür brauchen wir acht Stück. Ich weiß, die Zeit ist schon soweit. Aber ich will nochmal aus Kuppen gehen. Sprechen noch einmal. Grind. Was bringt das? Wir müssen unbedingt mit Teil finden. Zwei. 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 Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich dachte, da wäre was. Acht. Wir könnten in die Mine gehen. Das Problem ist, mit Spitzhack wäre in der Regel besser. Oh. Nehmen wir hier auch gleich mal mit. Ah ne, wir machen den Mörser da draus, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Wir müssen hier echt absichern alles. Apropos absichern. Wenn wir das machen würden. Ah, das ist wo gewesen? Hier, ne? Ja. Ne. Hier. Hier ist ne Tür. Wenn wir das Ding... Ich würde das... Hier hinbauen. Kann man... Das ist jetzt einfach nur zum Beispiel. Wir haben hier sowas mit ne Leiter. Können wir das direkt connecten lassen? Ne, ne? Was wäre denn hier so? Dann wäre da ne Lücke. Cancel. Wir müssen mal gucken. Wir müssen das machen, auf jeden Fall. Äh. Da können wir canceln. Und das braucht ordentlich, I'd say. Ne Menge. Ich spreche noch einmal kurz. Okay, jetzt haben wir einen Mord. So. Wir müssen eigentlich wirklich mal absichern. Und vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Was können wir damit machen? Verstehe. Okay. Salpeter. Sulfur. Gunpowder. Okay. Gunpowder können wir ohne dem Ding machen. Auch wild. Aber wir brauchen den, um das zu machen. Okay. Gut. Gut. Dann würde ich aber sagen. Dann werde ich erstmal die Aufnahme beenden. Und ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bei. Eigentlich bei Miss Survival. Warte mal. Zehn. Achso. Sechs war was genau. Ja gut. Wie gesagt. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Miss Survival. Bis dann. Ciao, ciao.